Die Nachfrage nach Bewegung von Menschen wächst. Um Schritt zu halten, ist Weiterentwicklung unabdingbar. Der Zeitpunkt kommt, an dem vorhandene Technologien und Lösungen ihre Grenzen erreichen. Ein revolutionärer Durchbruch ist nötig, um die Bedürfnisse urbaner Umgebungen der Zukunft zu erfüllen. Gebäude werden höher. In einem Wolkenkratzer bewegen sich tausende Menschen. Jeder benutzt durchschnittlich sechsmal täglich einen Aufzug. Das sind rund 50.000 Aufzugfahrten pro Tag. Und das stellt riesige Anforderungen an die Aufzugtechnik. Die bewegliche Gesamtmasse eines Aufzugs mit einer Nennlast von 24 Personen kann bis zu 27.000 Kilo wiegen und 130.000 Kilowattstunden Energie pro Jahr verbrauchen. Die in Hochhausaufzugssystemen verwendeten Komponenten arbeiten unter sehr anspruchsvollen Bedingungen. Haltbarkeit ist eine große Herausforderung. Aufzüge sind starken Belastungen wie Gebäudeschwankungen ausgesetzt, die Sie an windigen Tagen außer Betrieb setzen können. Somit ist klar, dass die derzeitige Aufzugtechnik ausgereizt ist und nur Verbesserung nicht mehr ausreicht. Kone hat eine revolutionäre Lösung hervorgebracht. Eine Lösung, die eine Welt neuer Möglichkeiten im Hochhausdesign eröffnet. Kone Ultra Rope, eine superleichte Seiltechnologie, die neue Maßstäbe in der Aufzugleistung setzt. Mit seinem langlebigen leichten Kohlefaserkern und einer einzigartigen High-Friction-Beschichtung ist Kone Ultra Rope der revolutionäre Durchbruch, auf den die Branche gewartet hat. Kone Ultra Rope wurde unter den extremsten Bedingungen getestet und von unabhängigen Sachverständigen Dritten zugelassen. Diese revolutionäre Technologie bringt eine ganze Reihe wertvoller Vorteile mit sich. Kone Ultra Rope hält doppelt so lange wie herkömmliche Stahlseile und ist weniger empfindlich gegenüber Gebäudeschwankungen. Dies trägt zu einer erheblichen Reduzierung der Aufzugausfälle bei. Mit einer Förderhöhe von 500 Metern reduziert dieses leichte Seil die bewegliche Gesamtmasse des Aufzugs um 60 Prozent, den Energieverbrauch um 15 Prozent. Bei einer Förderhöhe von 800 Metern kann die bewegende Aufzugmasse um bis zu 90 Prozent und der Energieverbrauch um bis zu 45 Prozent reduziert werden. Kone Ultra Rope befördert Aufzüge höher als jemals zuvor. In Zukunft kann die neue Technologie Höhen von bis zu 1000 Metern ermöglichen, doppelt so hoch wie mit der heutigen Technik. Mit dieser bahnbrechenden Innovation werden Gebäude noch nachhaltiger und leistungsfähiger. Gebäude, die noch besser ausgestattet sind, um die Anforderungen der urbanen Umgebungen von morgen zu erfüllen.